den hier upgraden den hier upgraden so haut es mal vorläufig hin so den rest von den flugabwehr nur wir haben gelernt flugabwehr richtig oben 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 auch richtig natürlich würde ich sagen dass man sieht hat schon sinn hier dann den hier abwählen noch mal upgraden ist ganz wichtig flugabwehr nur schnell upgraden so den hammer noch eine flugabwehr sicher sicher also fliegende sollten hier jetzt eigentlich nicht mehr vorbeikommen verkaufe ich hier drei reichen völlig wenn man lieber den hier auf max habe ich so mehr davon inzwischen kann man den upgraden jawohl die kriegen schon ordentlich auf die nutze in upgraden hier ich brauche immer ein bissel bodendamage den kann ich jetzt das muss ich ausgehen einfach so ist dort ein bissel das abgegratet aber es müsste sich rentieren haben sie abgegratet das haben wir gewonnen schön gemacht schön gemacht die level die werden immer unguter aber geschafft ist geschafft also das zumindest so machen wir weiter wo sie mal wave 76 unsichtbare bodendruppen keine unsichtbaren fliegenden aber generell fliegen wir ok und gut will ich lieber so naja gut lassen wir es in der mitte können wir nichts machen so wir können nur ein bisschen umleiten hier dann würde ich sagen wir machen wir so mal nach unten und da umgekehrt nach oben so das ist einmal fürs erste jetzt brauchen wir was gegen unsichtbare das werden wir hier machen da und hier nochmal zur sicherheit den werden wir ordentlich upgraden das wird der wichtigste man hier werden und wir brauchen hier am anfang sofort was gegen fliegende und zwar richtig sonst wird das übel werden hier nur den würde ich gerne auf max haben das heißt wow am anfang klein boss ok das ist mies gut dass ich so viel gegen fliegende hier hab den kann ich jetzt nicht upgraden weil ich brauch die power so jetzt kann man schnell upgraden boah gleich am anfang geben die hier vollgas leute das ist mies scheiße ich brauch dringend wow ey die geben ordentlich gas aber es kommt auch ein bisschen asche rein wenn wir hier durch geht wenn wir hier durch geht das ist jetzt ein problem das ist ein problem jetzt aber die bodendrucken sind ein problem sehe ich schon bei den upgrades hier wow es kommen ja sehr wenige aber sehr hoch levelige aber den haben wir auch den haben wir auch wow der ist auf max so dann können wir den vielleicht ein bisschen rauf hier zack 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 wer weiß was hier noch so alles kommt halleluja ja fliegende müssen wir auch noch hier ein bisschen abwählen die flugabwehr ich weiß nicht was so alles kommt bodendruppen das haben wir unter kontrolle das läuft zu halbwegs hier kommen sehr viele münzen sehe ich gerade das ist auch lästig immer diese einsame leider aber okay so wir machen den da hinten noch aber ich muss sagen es haut gut hin einer soll nur kommen und zwar ein fliegender gut schön upgraden hier aber ein bisschen abgewählt also das war ein lockerer level das muss ich ehrlich sagen der ist gut gegangen wir haben schön gefistet das war nice war angenehm nicht so ein schwierigen level wave 77 was haben wir fliegende aber keine unsichtbaren fliegende unsichtbare bodendruppen alles klar schau euch das an von allen seiten scheiße wir sollen die aufhalten wir müssen das irgendwie umzingeln dass sie nur von einer seite kommen können das ist jetzt mal los jetzt können die nummer von hier kommen das heißt ich brauche hier was gegen unsichtbare wir brauchen was gegen fliegende und wir brauchen artillerie also der muss unbedingt abgequält werden bis zum gewicht mehr denn der ist an der voresten front hier äh dasselbe machen wir mit dem hier mit dem hier von hinten so nun gehen wir es an unguter level auch hoffentlich kriegen wir es hin schauen wir mal fliegende kommen also mit dem hier wird es nicht schaffen wir brauchen mehr gegen fliegende so hier noch was gegen fliegende ich würde den vorern gerne auf max das wäre super aber du brauchst 160 das heißt da muss ein bisschen Asche her wow 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 seht ihr die kommen von allen seiten diese ratten hier aber noch geht es relativ gut noch unsichtbare kommen wir halt jetzt scheiße die sind nicht gut diese flugabier hier die verkaufe ich jetzt die brauche ich nicht es ist besser den hier upgraden das können wir jetzt schnell machen die müssen eine riesige runde gehen das habe ich wieder gut gemacht das habe ich sogar ohne absicht gemacht das ist aber nice so der müsste jetzt volle wäsche kriegen hier den kann man nur schnell upgraden das kriegen wir sogar hin aber die flugabwehr würde ich trotzdem nur gerne ja das sind die letzten wir sollten mal sparen können in die flugabwehr hier jetzt besser den da sogar und gewonnen gold wow unguter level aber schöner level geile aktion habe ich jetzt auch nicht zu schwer empfunden aber von allen seiten ist halt auch mal gut also wave 78 äh level 78 es gibt 100 level so fliegende unsichtbare nicht dabei aber fliegende äh fliegende äh unsichtbare boden das ist eine unge-sache und fliegende Bosse haben das ist auch mies so gott das ist wirklich mies auch leute das grinst an scheiße das ging unsichtbarer das ging unsichtbarer das sind wir sowieso so und hier muss der volle damage her dann sollte das klappen boah das ist mies ey das ist echt mies jetzt leute so können wir es machen hier kann ich jetzt mal hier oben hä hast du das ist ein unbeschädigter oh das ist er nochmal scheiße ja dann müssen wir den voll upgraden hier sonst haben wir hier keine chance ich wüsste gar nicht mehr aber wow hier kann ich nur was gegen Fliegende machen das geht nur boah der muss dringend abgegradet werden jetzt schauen wir so zu sagen okay hier können die Fliegenden und nicht gerade wenig oh gerade nur aufgehalten das war knapp ich muss den upgraden aber das geht nicht wenn hier welche nachkommen sonst habe ich keine chance ach du scheiße ist das mal los ach du scheiße ist das mal los schießen ab so schnell upgraden hier jetzt kommen hier die ich halte mal die auf ich glaube nicht da kann ich nur noch Flächen damit schnell hin ja ein paar werden durchgehen das geht nicht anders das geht nicht anders das geht nicht anders jetzt kommt da nur ein Boss hier oh god ok der geht auch noch nur wo geht denn der hin der geht da rüber ja weil hier nichts mehr ist ok 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 so das Hammer der ist auf dem Axe dann geht mal hier ein Flächendamage hin boah ist das ein mieser Level der ist ekelhaft der ist ekelhaft Alter ist dieser Level ekel kannst du das nicht schaffen nein ha ekelhaft so brechendamage jetzt mal schnell boah das ist ein mieser Level der ist wirklich dreckig also dieser Level ist mies ich versuche hier nur das beste rauszuholen aber es ist verdammt schwierig naja schaffbar ist es aber sehr schwierig gott silber noch schwierig schwierig mies aber geschafft auch ein sehr sehr unguter Level wirklich denn muss ich nicht haben Wave äh warum sag ich schon wieder Wave Level 79 aber so es sind fliegende unsichtbare dabei die volle Palette was möglich ist also wirklich alles das wird Hardcore hmmm das heißt pfff hier mal absperren mal sowieso so dann müssen die da drüber dann lassen wir die hier schön genüht naja warte mal dann müssen wir anders machen wir machen das so so hier machen wir eine Flugabwehr hin hier etwas gegen unsichtbare Fliegende dass die gleich runter geholt werden hier hier machen wir lassen wir kurz nachdenken Flächendamage hier normalen so hier machen wir was gegen unsichtbare hier normalen wieder jetzt gehen die da rauf dann lassen wir die hier wieder zurück das heißt ich brauche hier auch Flugabwehr eine zweite Flugabwehr boah das wird dreckig hier wird sehr viel kommen so und so so können wir es mal machen ja die können hier nur drüber ok das habe ich vergessen dann machen wir hier noch auch das so läuft so können wir es machen so und den hier Moment 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 der ist blöd den werden wir changen den können wir anders setzen den können wir hier hin da ist er genauso effektiv und hier gehen wir den normalen hin der normale den werden wir richtig upgraden das wird einer unserer wichtigsten Tower genau wie der da so probieren wir es mal gleich am Anfang am Bus da freut man sich dort richtig naja schauen wir mal wie wir mit dem klarkommen ne können wir ein bisschen reinzummen muss größer haben hier den Level sehr viele fliegende wieder wir brauchen mehr Flugabwehr sonst wird es nichts viel mehr Flugabwehr wieso kann ich das nicht jetzt geht so wir haben Flugabwehr dann werden wir den upgraden da brauche ich 160 flugabwehr dann müssen wir weiter upgraden und dahinten müssen wir upgraden dann müssen die überhaupt ein bisschen upgraden hier ungute Sache ungute Sache so weiterhin die Flugabwehr nur ein bisschen upgraden die fliegen müssen wir runter wir machen wieder mal einen Cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen Kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten mal euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe Tschüss bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020